Ja, herzlich willkommen zurück zu einer famosen neuen Runde hier aus Happy Wheels. Freut mich, dass sie eingeschaltet haben. Wir haben hier heute wieder zahlreiche Level zur Auswahl. Zum Beispiel Happy Wheels Futur oder The Office. Dawn of the Dead haben wir auch zur Auswahl. Und ja, das sind einige famose Level, die ich heute mit euch gerne spielen möchte. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ja, schön, dass ihr reingeschaltet habt. Spaß beiseite. Und ja, es geht weiter, liebe Freunde, die unglaublichen, wahnsinnigen, übertriebenen Level von Happy Wheels. So, ich weiß nicht, was das war. Wir werden heute mit Ghost Train angefangen. Wir werden heute natürlich mit dem Zug erstmal zu Happy Wheels hinfahren. Das ist heute überraschenderweise ein Geisterzug. Und das macht ja... Warte! Was? Okay. Also das... Also das hätte ich jetzt nicht erwartet. Okay, nochmal. Da kommt der Zug. Da kommt der Zug. Hi, na? Warte! Äh! Warum seid ihr so schnell? Okay, wir müssen mitfahren. Oh mein Gott! Ah! Okay, okay, das schaffen wir. Was macht der Waggon da? Warum fährt der Waggon auf den anderen Waggon? Was soll die Scheiße? Das passiert doch nicht mal beim Geisterzug. Ah, nein, 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 nein! Ich muss mal kurz meine Hose wechseln. Alter, was ist denn hier los? Wollt ihr mich verarschen? Was ist denn das für ein Terrorzug bitte? Das ist doch kein Geisterzug. Ein Geisterzug ist was Geiles. Das ist... Äh! Ja. Das... Da... Ja, ja. Wir sind ein bisschen zu früh rausgefahren. Ich weiß. Sorry. Ähm. Mann, ey! So, wehe, der Waggon, der prallt jetzt wieder ab und fährt in mich rein. Weil so kann ich ja nicht überleben. Okay, so sieht es erstmal gut aus. Konzentration. Der Opa sitzt da oben. Das ist eigentlich der Lokführer, aber irgendwie hat der gesoffen. Äh, die sind ja alle eigentlich schon tot. Außer wir. Okay, so weiter waren wir noch nie. Jetzt... Jetzt sieht gut aus. Jetzt können wir es schaffen, Leute. Sehr schön. Das ist eine gemütliche Fahrt. Das ist auf jeden Fall typisch erste Klasse. Oh, nein, 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 nicht! Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ah! Ich lebe noch. Ich kann mich noch festhalten. Jetzt bin ich tot. Es geht doch nichts über eine gemütliche Zufahrt. Ja, sie haben ihr Ziel erreicht. Alter, was ist denn hier los? Ja, Leute, kommt mal ganz kurz wieder runter, ja? Wir haben unser Ziel erreicht. Ihr braucht nicht alle ausrasten. Ich meine, ihr seid doch schon tot. Dann müsst ihr doch nicht noch toter sein. Ich glaube, wir versuchen für heute mal ein anderes Level. Weird Frozen Cavern. Das hört sich doch gut an. For some reason an error could... Santa Claus. Okay, wir können... Wie viele Charakter... Oh, wir dürfen die Charakter auswählen. Wie geil. Wie nehmen wir denn da? Nehmen wir da Indiana Jones oder Santa Claus? Komm. Da doch bald Weihnachten ist, warum nicht mal mit dem Weihnachtsmann hier durch irgendwas fahren? Ich weiß nicht, wo wir sind. Aber... Rentiere, ab geht's. Ho, ho, ho. Ha, 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 ha. Ho, ho. Ho. Ja. Ich will doch nur Geschenke austeilen, Mann. Ich hab hier noch ein paar Geschenke für den Tobi und für... Ho, ho, ho. Wie der sich immer freut, wenn die sterben, Alter. Was ist das für ein Weihnachtsmann? Wui. Nein, 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 nein. Oh. Okay, nochmal. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Alter, wir kommen... Wir kommen nicht über dieses verkackte Rad. Das kann doch nicht sein. Okay, nochmal, meine Rentiere. Nochmal ein bisschen. Genau so. Ho, ho, ho. Motherfucker. Oh, sorry. Jetzt durch, 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 durch. Oh, mein Gott. Okay, weiter. Jawohl. Schön. Das ist also dein Job. Vielen Dank, dass du das tust. Nicht jeder würde das tun. Ab in den Aufzug. Ho, ho, ho. Ich bin der Weihnachtsmann. Zack. Raus mit uns. Ab durch das Glas. Oh, nein, 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 nein. Fahr, fahr, fahr. Fahr, du Fettsack. Wow. Komm, wir packen das. Nein, 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 ich bin stiller, stiller Oh, oh Gott Oh Gott, okay, weiter, 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 ja, zack Jawohl, das sieht sehr gut aus Ich glaube, diesmal schaffen wir das Wir warten mal kurz, dann einmal Nein, jetzt aber, komm Oh, 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 ich weiß nicht, wann jetzt fahren, fahren Ah Warte, einmal, wir drehen uns, komm, wir können das doch Wir sind der Weihnachtsmann, wir können alles Ja, wir fahren einfach auf zwei Rädern, auf zwei Gleisen, Schlitten, ich weiß es nicht, auf zwei Eisenschranken. Okay, warte, ganz kurz, Konzentration. Ho, ho, ho! Ho. Oh, ich hab den Weihnachtsmann getötet. Also, ich mein, äh, das neue Weihnachtsmann-Puzzle, jetzt auch in ihrem Markt. Mit Schlitten. Ja. Okay. Anderes Level. Alter, das ist so bescheuert, aber ich mag das voll. Cannontown, das hört sich doch geil an. If you like my Level, check out my Facebook-Page. Ja, mach ich bald. Ich guck mir jetzt erstmal dein Level an. Oh, geil. Wie kann ich loslassen? So, okay, Konzentration. Feuer! Woo! Okay, ab in die andere Kanone. Sehr geil. Sehr gut, klappt doch perfekt. Und einmal, wow! Oh, Alter, das war knapp. Shit, 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 shit. Okay, einmal rutschen. Schön die Beine zusammenwinkeln. Und Köpper! Nein, ich muss mich festhalten. Ich hätte mich festhalten müssen. Okay, nochmal. Wir können das packen. Wir können das packen. So, zack, nochmal. Also, loslassen und Konzentration. Schön strecken. Feuer! Woo! Ich bin Superman! Ja, vielleicht doch nicht ganz so super. Ähm, wir haben immer noch einen Kopf. Solange wir den Kopf nicht verlieren, ist alles gut. Ähm, ich würde mich ja gerne festhalten, aber ich bin irgendwie nur noch ein Tor so. Hilfe! Okay, wir machen nochmal. Also, das ist ja machbar. Wir sind nur gerade irgendwie ganz dumm aufgekommen. Haben uns ein bisschen, äh, was zerkratzt. Deswegen ist das jetzt nicht so gut, äh, zu Ende gegangen. Also, wir machen eine Kugel. Jetzt wieder die Kugel. Jawohl! Mann, die Scheißscheibe! Was soll denn das? Jetzt sind wir da nicht wieder tot. Oh, wer baut denn da auch eine Kackscheibe hin? Wir sind schon tot. Super. Wie das aussieht. Okay, ähm, das, äh, ja. Wir müssen uns irgendwie, wir müssen eigentlich uns gar nicht bewegen. Ich glaube, das war besser. Das haben wir am Anfang auch nicht gemacht. So, jetzt Konzentration. Ja, genau. Och, Alter, ey, du machst mich wahnsinnig. Komm schon. Zack. Jetzt aber. Ich glaub an dich. Komm, Wilfried. Ja! Geil! Okay, runter. Und, äh, da runter. Und ab in die Kanone. Komm. Wups, wups, wups. Jawohl. Sehr geil. Und jetzt festhalten. Denkt dran, Kevin. Festhalten am Auto. Am Auto. Upsala. Ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ja. Ja, ja, ja. Wow. Jetzt, wie kommen wir da jetzt hoch? Äh. Äh. Hey, wie soll ich das denn machen? Ich hab keine Beine mehr. Also, meine Schuhe kommen da zwar gerade angeschlittert, aber ich hab sonst nix mehr. Mann, das will nicht. Mann, warum musst du auch die Beine verlieren, ey? Du bist, du bist doch scheiße. Nochmal. Zack. Jetzt wehe. Ja, rein da. Kneif deinen Arsch zusammen und rein in die gute Stube. Okay, mit dem Helm. Mit dem Helm müssen wir. Mit dem Helm. Super. Das war nix. Hast du etwa zugenommen, mein Freund? Okay, fallen lassen. Jetzt aber genau die richtige Position. Ja, die ist gut. Wir hätten ganz rein gemusst. Ähm, ja. Wir müssen da ganz rein ins Rohr. Dann passt das. Wir müssen einfach die Beine zusammen quetschen und dann ins Rohr. Hallo? Jetzt. Sag mal, bist du total unfähig, oder was? Was ist denn los mit dir? Streikst du jetzt? So, jetzt geht doch. Komm rein. Zack. Jawoll. So, jetzt mit dem Helm durch. Ja, genau so. Nein, nicht deine Beine verlieren. Die brauchen wir doch gleich noch. Okay, nochmal. Komm schon, wir packen das. Strecken. Sehr gut. So ist gut. So ist perfekt. Komm schon. Ja, ja, ja. Nein, oben bleiben. Bleib doch da oben, Mann. Oh. Oh. Ja, Mann, genau das meine ich doch. Ja, ja. Ja, komm. Komm, mach irgendwas. Bitte. Zieh doch deinen scheiß Arsch da an die Scheibe hoch. Das kann doch nicht sein. Du kannst das doch sonst immer so gut. Was? Äh. Okay. Ähm. Hör auf, die Beine anzuwinkeln, Mann. Äh. Äh. Ja, sehr geil. Ja. 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 Ey, weh, du bist jetzt tot. Dann rast dich aus. Ja. 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 Und wir hätten das Level geschafft. Oh, Mann. Warum bist du so unfähig? Haunted Mansion 3. Ne. Das Sequel, Leute. Da müssen wir reinschauen. Also, der zweite Teil hat mir so gefallen. Den ersten Teil brauchte ich gar nicht sehen. Da wusste ich schon, dass der zweite Teil geil ist. Yeah. Weiter geht's. Sure you don't wanna be... Ah. Ah. Hau ab. Du Geisteskranker. Nein, nein, nein. Geh weg. Bist du wahnsinnig? Okay. Okay, das kennen wir ja schon. Jetzt müssen wir da ein bisschen weiter. Das ist ja... Ja. Aber da sind wir nicht reingefallen. Ne, ne, ne. Du kannst mich nicht reinlegen, mein Freund. Zack. Sehr gut. Hier müssen wir... Hier müssen wir... Nein! Äh. Was bist du denn? Ii. Ähm. 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 Ich würde gerne weiterfahren. Darf ich bitte... Hallo? Nein, hau ab, bitte. Geh weg. Ich hasse Spinnen und du bist irgendwie so eine... So eine... So eine Kombination aus Penis und... Und... Wackelpudding und Spinne. Also das... Das sind meine meist drei gehassten Dinger. Ach man, ey. Ich glaub, wir hätten da gar nicht reinfallen dürfen. Kann das? Nein, ich will keinen Freund haben. Also dich zumindest nicht. So. Jetzt einmal hier mit die Treppe. Zack. Dann hier einmal... Vielleicht sollten wir hier reinfallen. Pass mal auf. Vielleicht ist das ja gut. Oh. Eine Rose. So. So. Hier vielleicht rum. Ich weiß es gar nicht. Ich hab keine Ahnung. Nein! Da ist schon wieder so ein Pimmel. Hau ab. Äh. Geh weg. Geh bloß weg. Hau bloß ab. Äh. Nein, 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 nein. Lass mich. Geh weg. Geh weg. Ah. Iiii. Iiii. Und da hängt eine Muschi an der... Also da hängt irgendwas... Also da hängt was an der Decke. Irgendwie. Och Leute. Warum seid ihr mit euren Penissen immer so geil? Also, also... Also, so, so. Warum macht ihr immer Jagd auf mich mit euren Wackel... Also, die Monster da, Mann! Soll denn die Scheiße? Nein, ich will... Lass das... Mach das weg. So. Da fahr ich jetzt nicht nochmal rein. Okay, wir müssen aufpassen. Da geht's jetzt durch die Scheibe. So, das haben wir schonmal durchgebrochen. Dann können wir jetzt vielleicht so... Und dann mit Anlauf... Ja! Nein, 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 nein! Ja, boah. Jawoll. Und jetzt? Sind wir hier richtig? Hallo? Wann sind wir zu Hause? Was passiert hier? Das leckt auch voll. Ähm. Hallo? Was ist das? Da ist Blut. Äh, hier ist ein Pavillon. Der Nebel gefällt mir nicht. Da passieren immer schlimme Dinge drin. Öh! Nein, 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 nein! Ah! Ah, stopp, stopp! Ach so. Ich glaube, wir hätten erst vorhin hier sein sollen. Irgendwie. Wir hätten hier nicht her dürfen... Äh, herkommen dürfen gerade, glaube ich, oder? Oder vielleicht ist es doch der richtige Weg? Wir müssen da hoch! Äh! Jetzt spring doch! Ja, ja, komm schon! Du kleine Drecksaue! Wenn du leben willst, spring hier hoch! Ja, 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 ja! Mann, du willst mich doch verarschen! Okay, okay. Also, da muss ich jetzt ehrlich zugeben, äh, da hat mir der vorherige Teil viel besser gefallen, mein Freund. Leider, äh, nicht 10 von 10. Tut mir leid. Tut mir leid. Aber, eins haben wir noch. Pogo Venture hört sich gut an. Happy Green Hills. Bigfoot Forest. Auf den Spuren eines Tobi-Nators. Okay, sorry. Tobi, äh, das ist nicht ernst gemeint. Das ist nur Spaß. Ehrlich. Ich lüge nicht. Pyramid of the Gods. Ja, nee. Limbo. Oh. Dawn of the Dead. Haunted Mansion 4. Willst du mich verarschen? Wie viele Teile gibt es denn davon? Tale of C-Rex. Das machen wir jetzt. Das machen wir jetzt. Tale of C-Rex. Dad, I think we picked the wrong way. The weather is perfect. Shut the fuck up. Um das mal zu übersetzen. Dad, ich glaube, wir sind falsch gefahren. Das Wetter ist gut. Halt die Fresse. Oh, geile Karre. Was? Was? Äh, was? Äh, was? Nicht jugendfrei. Halte die Augen zu, mein Freund. Jimmy, äh, sei ruhig. Hallo, kann ich mal bitte, kann ich mal bitte über die Karre fahren? Das ist der richtige Weg. Ja, ja. Ja, ja. Was ist das? Hä? Hä? Was ist denn jetzt los? Äh, wir sind hier richtig, mein Sohn. Das muss alles so sein. Macht dir keine Sorgen. Das ist genau das, was ich wollte. Genau das habe ich mir immer gewünscht. Ich habe hier von klein auf geträumt. Äh, hier von. Äh, irgendwie. Was sind das für komische Dinger? Was? Ich wollte das Ding nicht umbringen. Äh. Die sind nicht freundlich. Äh, was ist hier los? Hallo. Ich möchte hier gerne über die Brücke fahren. Äh. Okay, mit Anlauf. Hauptsache, es steht erstmal LOL am Baumstamm. Hallo, jetzt kommt, jetzt fahr doch mal. Ein bisschen anstrengend hier. Du hast so knackige Waden, da kannst du doch mal hier. Woop. Easy. Fahrradskills. Da ist ein Drache. Warum geht es hier nicht weiter? Müssen wir hier irgendwie anlaufen? Und dann. Ist das represent der Gott? If we only awakens is, if it's the right. Ja, wie denn? Was muss ich machen? Der Drache ist doch, ist doch noch versteinert, Leute. Chillt doch mal. Nein. Schöne Fische habt ihr hier. Ach, Leute. Ich war doch so weit. Ich konnte das Ende quasi schon riechen. Okay. Schauen wir einfach mal, ob wir in der nächsten Folge dann übermorgen vielleicht nochmal das Level machen. Schauen wir vielleicht nochmal rein. Oder vielleicht ein anderes Level. Wir haben ja hier genug zur Auswahl. Ich kann ja nochmal runterscrollen. Wrestling ist auch dabei. Also die Freunde von Tobi sind auf jeden Fall. Guck mal, wie viele Level es hier gibt. Richtig geil. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich habe auf jeden Fall Lust drauf. Und dann sehen wir uns übermorgen wieder bei einer neuen Folge Happy Wheels, liebe Freunde. Habt einen schönen Tag. Und ja. Guckt immer, dass ihr richtig fahrt. Nicht, dass ihr irgendwo Drachen dann verteidigen müsst oder bekämpfen müsst. Also ich wünsche euch viel Glück. Und ja. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.